Hallo und herzlich willkommen. Wir werden uns jetzt hier zum Unterschlupf weiterkämpfen. Okay, da kommt man durch mit Schleichen quasi. Oh, da kommt man kompliziert hin. BJ, hören Sie mir zu. Die Wölfe haben Caroline erwischt. Vor ein paar Stunden wollte sie sich mit einem Agenten treffen, aber es stellte sich als Falle heraus. Wir haben erfahren, dass sie in einem Schloss außerhalb der Stadt ist. Wir bereiten natürlich eine Rettungsmission vor und wir zählen dabei auf ihre Hilfe. Nicht weit von hier wartet ein Laster darauf, sie zum Schloss zu bringen. Zusammen können wir Caroline retten, das weiß ich. Wie ist es, BJ? Helfen Sie uns... Stehen uns genug Männer für die Mission zur Verfügung? Alle, die wir haben. Wie ist es, BJ? Helfen Sie uns... Herr Blaskowitz, ich registriere einen Anstieg im Funkverkehr der Wölfe. Ich glaube, Sie erwarten die Ankunft von Zetas Vorgesetztem. Wir verlassen uns auf Sie, BJ. Wir alle. Na gut. Ist der, ob ich da immerhin finde. So, immer schön, Läser. Alter. ich kann jetzt nicht reden ich kann momentan nicht reden schnell 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 da sag ich nur return to castle wolfenstein ich kann jetzt ich kann jetzt Spät. Zu spät. Alter. Jetzt bin ich mit der falschen Waffe von dort gewesen. Ich tendiere aber fast dazu noch geschwind da zurück zu gehen. Oh! Oh. Wir müssen weiter. Wohin Druckungsfeuer. Weißt du. Erst. Whoa. Oh. Oh, 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 oh. Alter, wechseln die Waffe! Alter. Alter, wechseln die Waffe. Alter. Alter, was ist das? was weiter also das sieht doch wie was gut Oh, scheiß Fass So Boah Das hat gesessen Alter Alter So, wichtig Wir müssen Karolin finden So Oha Das könnte wirklich Karstl Wolfenstein sein Und nicht nur ein Schloss Soja Return to Karstl Wolfenstein So wird die Folge heißen Als kleine Anspielung An den Vorgängerteil Der aber leider nur auf PC erschienen ist Oh Nein, hier habe ich auch so eine Sackgasse Nichts was einem An tenemos Kuss 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 Oh Was ist hier unten? Noch irgendwas? Hilfe! Wir sind in der Falle! Schaut nichts aus! Vorsicht! Ich will hier Unterdrückungsfeuer! Alle mann bewegen! Ausschwärmen! Gebt mir Unterdrückungsfeuer! Gebt mir noch! Weiter! Wir sind in der Falle! Wir müssen den Kasten! Achso! Spiegel, und! da gibt es nicht irgendwas zum holen zumindest sehe ich nichts das ist einer von mir dieser mann ist ein ja auch gut da muss man wirklich runter leuchte zwar kann man aber nicht nehmen neue waffe auch 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 die ver auch 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 so auch 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 Was ist das? Na gut. Oh. Glitchatis Oh ja da. Oh nein, das war ein big fail. Nein! Den habe ich nicht gesehen. Das war jetzt zu hastig. Die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh Das war nicht gut getroffen Nein! Alter, ich dachte, der ist schon down Fuck you, Alter Oh 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 Das ist überlebt. Das ist überlebt. Klatsch. So weit, so gut. Byeah, um Sie zu holen. Sorry, es gibt nichts zu holen. So, hier werden wir jetzt aber beenden. Ich bin ein Fangamer, hier geht es weiter im Castle Wolfensteine, ich nenne es mal so. Macht es gut, bis dann und ciao.